Steuern Sie Ihre Heizkörper bequem über Ihr Smartphone mit dem Heizkörper-Thermostatkopf EQ3. Dieser Heizkörper-Thermostatkopf lässt sich nicht nur über den Drehregler regeln, sondern auch bequem von Ihrem Smartphone aus über Bluetooths steuern. Über die besonders benutzerfreundliche Oberfläche können Sie so schnell und einfach Ihre gewünschte Temperatur einstellen. Des Weiteren können Sie auch über das integrierte Wochenprogramm Ihre Heizzeiten für jeden Tag einstellen. Und sollte es doch einmal zu kalt sein, können Sie über den Boost-Knopf den Raum innerhalb kürzester Zeit aufheizen. Natürlich verfügt der Thermostat-Kopf auch über einen Urlaubsmodus, wodurch Sie noch zusätzliche Heizkosten sparen. Überzeugen Sie sich selbst von dem Heizkörper-Thermostatkopf EQ3. Ihr Team von PollenElektronik